ja damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge lego harry potter die jahre fünf bis sieben wir sind im jahr sechs mittlerweile angekommen ich kann natürlich selbstverständlich wie könnte es auch anders sein die steuerung nicht mehr und wir müssen uns halt da jetzt wieder rein fuchsen aber ich habe gregarich gefunden und wir müssen dahinter ich habe gerade was hören ich sehe es aber nicht wahrscheinlich auch nur weil ich die hoch schweben lassen kann so wir müssen nach da hinten heil blutprinz wir sind jetzt im jahre des heil blutprinzen hallo stimmt der heil blutprinz kommt ja noch ich habe die filme immer noch nicht angeguckt obwohl ich das letzte mal die ganze zeit sagen dass ich die filme wieder angucken will ja 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Am besten, wenn das Spiel vorbei ist. Oh, ich kann da schon wieder... Okay, bin fertig. Ich will nur da hinten rein. Mehr will ich gar nicht. Bumm. So, da kann ich noch dagegen. Und da kann ich noch dagegen. Und dann kann ich das dann noch machen. So. Aber mit dem... Mit dem Licht geht man immer so langsam. Das ist fürchterlich. So, Dumbledore kann auf Appartationsfelder gehen. Niuun. Niuun. Hui. Hui. So, jetzt ist er allerdings hier auf sich alleine gestellt. Ob er das schafft? Ich weiß ja nicht. Ich muss schwarze Magie beherrschen. Ja, das ist ungünstig. Ähm. Aua. Wie komme ich denn jetzt... Was hat es mir jetzt gebracht, dass ich da rüber kann? Okay. Vielleicht brauche ich irgendwas, um diesen Trecker hier wieder zu... Zum Lauf... Das wollte ich jetzt nicht. Zum Laufen zu bringen. Sieht nicht danach aus, als wäre es das gewesen. Kann ich nicht. Ist hier nichts mehr? Das ist doch Quatsch jetzt. Toll. Das kann ich kaputt machen. Und jetzt? Ah, jetzt geht... Das ging vorher nicht. Ich habe das Ding ja schon geschossen. Oh Mann, ey. Kack, Spiel. Ach so, dafür brauche ich Harry. Äh, ungünstig jetzt. Und was machst du denn jetzt da? Äh. Bumm. Und bumm. Okay. Ich brauche anscheinend einen Zaubertrank. Da ist ein Rasen. Oh Gott, mir juckt voll die Nase. Holler, die Waldfee. So. Ähm. Bumm. Huch. Jawohl. Tschüss. Braucht dich nicht mehr, Rasenmäher. Hallo, Harry. Aber wir haben beide nichts zum Ausgraben. Das ist ungünstig. Ach, Harry, du gehst bis dem Weg. Ah. Sieh mal einer an. So. Einfach mal durch. Genau, so mag ich das. Jawohl. Äh, okay. Aber wir brauchen halt immer noch. Nein, das ist es ja nicht. Wir brauchen halt immer noch den, äh. Den, den, den Kessel dafür. Und den habe ich nicht. Der Kessel, der Kessel, der Kessel, der Kessel. Das wollte ich jetzt eigentlich auch nicht. Ach so, stimmt. Halt. Ich kann ja... Harry, jetzt wo du da bist. Hilf mir doch mal. Halt. Was hier ist? Vielen Dank. Huch. ist das der kessel jawohl so das eine ist hier das andere hat allerdings immer noch die scheiß taube in der hand nicht der ist die taube darunter geht es nicht mal hier vielleicht brauchen wir dafür den 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 trecker die ich meine die fliegt doch bestimmt weg wenn man mit dem ding durch die gegend fahren oder hoch ich habe die steuerung noch nicht so ganz verstanden kann ich jetzt auf die taube schießen und warum könnt ihr alle nicht hüpfen hallo du scheiß misstaube hallo da ist der tarnumhang und dumbledore hat kein tier aber wir brauchen doch hier eindeutig ein tier die spieler hasse die keinerlei erklärung abgeben so ist hier irgendwas ne auch nur bats vielleicht muss ich ja kann ich eigentlich die blumen wieder lol was habe ich denn jetzt kaputt gemacht gartenzwerg ne was soll ich denn jetzt noch mehr von diesen gartenzwergen herkriegen lol das war's oder wie okay nörfiger kleiner junge ähm jo wie kriege ich denn die taube jetzt von der uhr weg ich meine ich meine äh aber tschuldigung aber dass man hier auch nichts machen kann mehr und sonst habe ich den wieder kaputt gemacht mach mal dieses doofy hier weg die haben schon wieder meine steuerung umgeschmissen das nervt mich naja kann ich erst machen wenn ich schwarze magie beherrsche aber ich will doch jetzt eigentlich nur die taube von da oben wegkriegen ist hier drin noch irgend noch irgendwas irgendwie nicht aber ich kriege halt auch die taube da oben nicht runter jetzt kriege ich die taube vielleicht runter jawohl jetzt ist es ein vogelbecken alles klar ähm falscher falsche taste zack und trinken da werden wir zu hulk so jetzt kann ich hier die tür aufmachen und jetzt können wir hier da rein ich bin gerade voll verpeilt wo wir hier überhaupt gerade sind wir suchen doch den einen da ne das hilft jetzt wahnsinnig weiter ne äh äh wie fängt sein name aber auch nicht ein so Oh, oh, oh. Genau, ihn suchten wir. Dann fällt sein Name trotzdem nicht mehr ein. Erinnert nichts daran. Äh, K brauche ich. Nicht L. So. Da haben wir nichts mehr. Upp, K brauche ich. Zack. Jetzt haben wir das Erste. Okay. Hat jetzt irgendwie nicht so viel gebracht. Hoch. Hat jetzt irgendwie nicht so viel gebracht. Da. Bücher. Okay. Hat jetzt auch nicht so viel gebracht. Kann ich die nicht irgendwie... Nö. Gibt's hier drüben noch irgendwas? Aber wo kriegen wir denn jetzt die... Da. Entschuldigung. Jetzt habe ich noch mehr Dreck hier dreigemacht. Okay. Eine Schublade. Zweite Schublade. Auch nichts drin. Himmelarsch. Und Sören. Das ist doch so eine Hutfeder von diesen Rittern. Oder bin ich doof? Weiter hinten. Da. Das gehört hier hin. Jetzt fehlt mir nur noch eines. Und das ist wo? Brauche ich eventuell dafür, dass... Jetzt habe ich mich verdrückt. Das Licht. Aber... Ich habe mich gerade selber geblendet, ne? Aber das... Aber das glänzt... Oh Mann. Mich nervt es aber, dass es glänzt und blinkt. Und ich kann nichts machen damit. Das ist... Ah. Faszinierend. Du musst schwarz machen. Okay, wie hast du, um schwarze Objekte benutzen zu können? Ich bin doch gar keine schwarze Objekte benutzt. Achso, das ist die Tür. Habe ich hier am Klavier nochmal vielleicht? Okay, ne. Das Klavier spielt nur. Achso, ja. Slughorn. Meine Güte. Slughorn heißt er. Warum weiß der eigentlich nicht, wo er diese Bilder hin hat? Huch. Das ist sein Haus. Hört das auch irgendwann auf? Oder kann ich das jetzt ewig weitermachen? Oh, ich befürchte, ich kann das jetzt ewig weitermachen. Ah, jetzt fährt nichts mehr raus. Okay. Ähm. Oh, lol. Warum geht das jetzt bei ihm kaputt, aber bei mir nicht? Wie doof ist das denn jetzt? So ein Kiese. Gut, war nicht umsonst die beiden Charaktere zur Auswahl, ne? Vielleicht sollte ich da öfter dran denken, weil das war im, im, im ersten Teil nicht so. Ich habe mein Vorbuch die draußen hin. Ah. 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 Ich habe das Gefühl. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020